Live on take aus den Three-Edit Monkey Studios auf Mealy Island, Last Geek Tonight mit Lessi! Hallo und herzlich willkommen zu Last Geek Tonight, eine Late-Night-Talkshow im Stile der klassischen amerikanischen Vorbilder. Doch bevor wir dazu kommen, kurz ein Blick ins Weltgeschehen. Was ist zum Beispiel mit Nudeln? Warum sind die andauernd ausverkauft? Lasagneblätter? Aber nicht. Das sind auch Nudeln? Oder Nudelbastelbögen? Auf die Frage eines Journalisten, ob er Informationen darüber habe, die ihm ein hohes Maß an Gewissheit in dieser Hinsicht geben würde, antwortete Trump, ja, hab ich. Nein! Ja, dann ist ja alles klar, der Fall ist bewiesen. China, du bist überführt! Das Arbeitslosengeld II ist für Menschen, die keine Arbeit haben. Nein! Zum Glück wird das hier klargestellt nicht, dass plötzlich noch die ganzen Arbeiter den Arbeitslosen ihre Formulare wegnehmen. Ach ja, apropos Dummheit stirbt nicht aus. Boris Johnson ist Vater geworden. Glückwunsch an der Stelle. Fritschgerl ist Spam! Wenn Sie daran interessiert sind, unsere Kenntnisfortführung, jenes her sagen ich Ihnen großer über meine Interessen. Hier wird geknüpft, was vor den Schwanz kommt. Die Mutter, die Tochter oder beide zusammen. Ich erwarte donnernden Applaus vor den Monitoren der Schöpfer von Pop-Up-Comedy, Lars Hohlfeldt. Hallihallo! Und bereit ist auch mein Gast Hans-Georg-Pancsack. Ja! Ich bitte um Applaus vor den Monitoren. Tommy Krabbeis! Später, als ich dann sehr oft sitzen geblieben bin, war ich dann auch der Klassenclown im Lehrerzimmer. Ich habe mir jetzt gedacht, ich will jetzt Schauspieler werden. Schauspieler! Diese Hungerleide! Hunderttausende von Reismark haben sie verdient und heute alle Sozialhilfeempfänger! Du wirst nicht Schauspieler! Es ist das am häufigsten gezeigte Fernsehprogramm der Welt. Also doch, ich habe mal ausgerechnet, es müssen mindestens 50.000 Wiederholungen gelaufen sein. Mindestens! Monsieur Marcel serviert! Ich bin krasser, ich trinke jeden Tag ein Glas. Wurstwasser! Oh! Was ist das denn? Nein! Ah ja! Mh! Oh! Oh, ist das ecklich! Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Können wir ein Lied mal gurgeln? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja! Hättest du Bock? Rrrr! 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 Ich möchte lösen? Nur wenn ich darf, gibt, wenn er will. Er ist ein echter, wahrer, ein echter, wahrer Herr! Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu töten. Nessie, du hast noch nicht begriffen, wie wichtig du bist. Möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for all the fish. Bis zum nächsten Mal. Da kommt's noch dicker. Eure Nessie. Ist es vorbei? Eure Nessie.